Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei WETROC GAMBLE. Heute ist Freitag und ich spiele Free Fire Max. Und ich würde mal sagen, wir spielen erst ein WETROYAL RANKIT, danach ein CS RANKIT. Wenn das nicht geht beides, dann spiele ich auch was. Mal schauen, viel Spaß! Oh, es geht ja doch ne Runde. Also Battle Royale habe ich keinen Spieler gefunden. Bei CS habe ich kein Spiel gefunden. Jetzt spiele ich normales Battle Royale. Also Battle Royale RANKIT und CS RANKIT habe ich kein Spiel gefunden. Das sind jetzt normales Spiel. Übrigens, ähm, ich werde für Sommstags und auch keine Videos machen. Und, ja, weil ich fahre nachher schon los. Da habe ich halt einfach keine Zeit mehr. Also um 11 Uhr geht die Fahrt heute. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Wofür geht die Fahrt heute los? Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Jetzt bin ich mit ihm. Ich habe es nicht gehört. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Oh, das ist auch okay. Dann geht es nachher nach Freiburg, dann übermorgen geht es nach Stuttgart und dann nach Freiberg. Dann geht es 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 nach Freiberg. Oh, okay. Okay, das ist viel besser. Oh, jetzt muss sie laufen. Ich habe das Spannende. Das ist ein Spannende. Ich habe das Spannende. Ich habe das Spannende. Ich fahre mich zu den Dingen zünd Da kommst du wohl Ich fahre mich zu den Dingen zünder 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 Komm, gib er den ein Like, wenn er gespielt. Schau ihm mal zu, was macht er? Das bringt ja nichts. Oh, oh, oh. Gut, knapp. Das wird auch schafft, da. Schafft. Oh, shit, nice. Lucia. Mal schauen, was er jetzt noch macht. Er wartet da. Er wartet auf die anderen vier Spieler. Aber wo sind die? Da ist er, da links. Links. Läuft da. Noch zwei Spieler. Genau unter ihm. Da ist er rechts hinter dir. Da war rechts. Da. Rechts. Oh. Krass mit der Kanal. Na dran. Ich würde einfach da drunter stehen. Du mal kreislaufen. Schau mal runter springen. Das ist gut. 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 Gut gespielt. Schöne Runde. Also am Ende wäre ich bei den beiden irgendwann von den beiden gestorben. Wenn ich den einen besiegt hätte. Gut. Ähm. Es geht weiter mit CS normal. Erst dann. Bis gleich. Wenn das nicht geht. Dann sprich nochmal. Better Royal. Also. Dann. Bis gleich. Wie? CS Drought. Start. Ist voll schwierig auf so einem kleinen Monitor. Ist ja wie. Als ob ich. auf dem Tablet auch schon ein bisschen größer bin. So. So. 15 Zoll Monitor Spiele. Das wäre alles gerade easier. Wölfe. Man unten 갖고 ein Fahrer. Another. Das wäre cheering. Wirklich? Eineannya? Wie Trail Daumen also ist ja nicht. Fürst es. Daumen hochודig neuer Twitch, oh ich war der beste spieler macht keinen spaß gegen kai wisst ihr was ich mein ich hab so das gefühl dass hier immer weniger spieler sind ich rüste mal meine ausrüstung aus dann werde ich mal die mp auf weiß ich immer noch 700 so müssen reichen das war mal krach aus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was schläfst du mir? Hä? Bin ganz verwirrt Okay Das habe ich alles Wunder dreimal Übrigens Langweilig oder? Den KI zu spielen WDR HALT WDR 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 Warte mal, ich probiere. also einmal verloren ich weiß ja mal welchen platz ich zuerst war ja ich habe mich so was von erschrocken dass ich völlig falsche knöpfe gedrückt habe beim erschrecken bin ich dann von der tastatur gerutscht und am besten ja dann knöpfe alle rausschneiden extra tastatur dafür machen naja egal und jetzt war ich zwar erster aber 5500 5 schaden ja dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß auf Wiedersehen ja 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 ja